Wir haben Höhler Musikkünsche, er hat sich Helene Fischer gewünscht, das ist das einzige, was wir nicht spielen, aber am Leben nicht. Er wünscht sich diesen Song, auch ein toller Song, wer die Biografie gelesen hat, entstanden in einem Hotelzimmer auf Tour. Und zwar gab es eine kleine Ungereimtheit, es gab viele Frauen, die um die Gunst von Ray Charles gebohlt haben. Allen voran seine Ehefrau, die Nachbarin, fast alle Weckrautsängerinnen und der Schlafzeuger, die in Leibung nachgesagt wurden. Und in dieser Nacht in diesem Hotelzimmer kam es zum Eklat und aus diesem Streit heraus, als sich beide anstehen, komponiert der Ray Charles noch in der gleichen Nacht diesen Song, Hit The Road Jack. Und zwar gab es eine kleine Ungereimtheit, die in Leibung nachgesagt wurden. Und zwar gab es eine kleine Ungereimtheit, die sich in Leibung nachgesagt wurden. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020